Ja, bei den Damen hat die Oberscheide Nina bis jetzt die beste Zeit hingelegt mit 47,22. Also diese Zeit gibt es als Bestzeit bei den Damen zu knacken. Leber als Berger-Silber, jetzt 32, 33 Sekunden unterwegs und schwingt da oben auch schon herein. Die Chefin aus dem Hause Küchentechnik Leonhardsberger.